Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks, da sind wir wieder. Tag 4 bei unserem Dachgeschossausbau. Ich befinde mich hier im begehbaren Kleiderschrank. Wir haben hier den ersten Korpus stehen. Sockel ist vormontiert. In dem Fall auch noch die Korpus zusammengebaut. Hier ist unser Herr Sparz. Hallo Herr Sparz. Hallo. Hochmotiviert sind wir dran. Hier kommt der Boden für den Badezimmerbereich. Gehen wir mal im Badezimmerbereich gucken, wie es da aussieht. Hier sehen wir den Ralf, unseren Chefmaler und Chef Trockenbauer. Noch mit am Anpacken die letzten Verspastelungen auf die Wand ziehen, dass er schön über Nacht trocknen kann. Und wir morgen dann hier entsprechend weiterarbeiten können. Ja, da im Badezimmerbereich in der Ecke Trockenbauer sind die letzten Schächte am schließen. Unterputz, Wand verschlossen, Dusche, Herzen. Korpus in der Dusche beleuchtet und vorgerichtet. Und die Verkleidung für die Rohre ist auch schon geschehen. Morgen noch ein bisschen am Trockenbauer weiterarbeiten. Und dann denke ich, werden wir morgen die ersten Grundierungen auf die Wende kriegen. Das war's heute, Tag 4. Wir freuen uns auf morgen. Tschüss, schönen Abend noch. Vai bloß zusammen. Tag 7. Tag 9.